Hallo Leute und willkommen bei Timon. Wir machen mit der Rubrik Glühende Messer weiter. Vor drei Wochen waren wir die Erfinder dieser Rubrik. Die Videos kommen immer zuerst auf unserem Hauptkanal in Russland. Wir haben Millionen Zuschauer und tausende Likes. Da sind auch viele Videos, die auch bald in deutscher Sprache auf Timon Show rauskommen werden. Zum Beweis lasse ich euch einen Link in der Beschreibung zu diesem Video. Und einer der größten Kanäle auf YouTube hat mit unserer Rubrik gerade einen riesen Erfolg. Der hat sogar die gleiche Messermarker genommen. Das ist aber nichts ungewöhnliches Leute. In diesem Video bringen wir unser Messer zu Glühend und versuchen ein Schwarm, Seife, Marshmallow, Butter, Aqualinos und schreiendes Hähnchen zu durchmeiden. Ich denke das wird richtig cool Leute. Am Anfang bringen wir unseren Messer zum Glühen. Das Messer ist bereit. Lasst uns Marshmallow durchschneiden. Cool. Man kann auch sagen Feuermesser. Weil nach jedem Schnitt das Feuer fängt. Das nächste bitte. Lasst uns ein riesen Aqualino durchschneiden. Die Aqualinos schreien, aber können nichts machen. Das Messer hat ein einfaches Spiel. Das ist gut. Musik Das nächste ist ein Schwamm. Das Schwamm raucht, klebt am Messer und stinkt bestialisch, Leute. Das nächste ist Seife. Die Seife schäumt irgendwie ekelhaft. Leute, schreibt in die Kommentare, was ihr am besten findet. Ich erwähne heute Mawinski. Das nächste ist Butter. Wenn ich ehrlich bin, dann dachte ich, dass das Meer spritzt und raucht. Und zum Schluss werden wir das Schreien der Hähnchen durchschneiden. Hört zu! Höhööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö So Leute, das war's. Liked das Video, abonniert meinen Kanal. Bis bald.